Bababam-babam-babam-babam-babam-babam-babam. Jetzt geht's auf. Oha, da ist viel brennendes Material. Ja, nix kaputt schießen. Brauchen wir bestimmt jetzt gleich. Die lassen wir selber noch liegen. Ja, nix zu erschießen, was brennen kann. Mal loot Auge mal schweben lassen, über die Dächer. Ist das so fahrgig? Ah, da in zwei Kilometer Entfernung tut eine Mumie gerade schneitzen. Euch ist vorhin schon aufgefallen, dass wir mir an so einem Rätselraum vorbeigelaufen sind. Echt? Wo? Wo? Oh, da war die Tür zu. Rätselraum. Ah. Wie geht's da rein? Also von da raus nicht. Den Raum her. Von da raus nicht, also von da wo wir herkommen sind nicht. Ah, da ist es. Da ist eine Tür, da ist ein Rätsel. Wand. Da ist ein Rätselwand. Und zu der Rätselwand müssen wir kommen. Dann kommen wir da. Ist da hinten noch mal Tor? Boah. Ich hab jetzt einfach mal die Ketten aufgeschossen, die um das Garda war, ok? Die was? Da war eine Ketten an der Garda dir. Ok. 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 Oh, er kriegt wieder das Leichte. Leicht. Leicht. Leicht, ja. Da bloß immer. Hey, hört's einmal auf, da drinnen drauf schießen. Das ist gut, die Brigade. Von allen Schrecken, denen ich im Dienste der Brigade begegnet bin, meine größte Qual hier ist die Langeweile. Die Brigade ist hier nicht erforderlich. Mir ist so langweilig, ich vermisse beinahe Shanghai und die toten Jiangxi Assassinen des schwarzen Drachens. Da ist bloß ein Hauptschatz drin. Aber den haben wir. Da war an dieser Stahl-Tier quasi Ketten dran. Deswegen ziehe ich mir alles mit der Waffe drauf. Wenn's rot leicht, machen wir's wegschießen. Das haben wir nicht gesehen. Da gibt's frischen Fisch. Dein Fisch? Dein Fisch ist nicht frisch. Mein Fisch ist frisch. Der müssen doch dann vor kurzem noch leicht gewesen sein, oder? Nein, also mit den ganzen Konservierungsstoffen, Mikroplastik bleibt der Fisch auch länger frisch. Aber die hat zum Beispiel jetzt kein Eisen dran. Na dann. Munition erfüllen. Da oben sind so rote Fassl zum Oberschießen. Dann, wenn's wei. Unten sind ein paar Fassl rund um. Da an der Treppe links und rechts. Und da vorne sind ein paar. Mein Lootauge sagt sonst nix. Das ist eine Tiestube. Das ist Gebürze. Gebürze. Mhm. Strange Brigade? Ja. Oh, das geht jetzt. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ihnen gibt es einen rein. Islam Links ist der Tür aufgegangen Aua! Noch noch ein bisschen, du Arsch! Dead on I can use these Ah, die Idee ist zugegangen Kurz vor mir Oh Da gibt's Moon da herum Da gibt's Speerwerfer Speerwerfer Daa... Ba-dam-dam-dam-dam-dam Wartell Gibt's auch auch Kitten Jetzt ist das Türl wieder aufgekommen. Er hat die Speerwerfer da oben liegen müssen, dann geht das Türl wieder auf. Speerwerfer. Klingt wie Holz. Klingt wie Holz, ja. Morsches Holz. Wir haben erst getreten und dann wieder getotcht. Rumscheu wegen Fiolen, also Bohren, wie man es immer nennen will. Schau mal da hinten auf den Kipfel. Nein, da ist bloß ein Murmeltier, das sich gerade mit einem anderen Murmeltier paart. Sonst ist alles okay. Murmelpaar. Da ist er. Wir brauchen leider selber. Nein, da ist nur ein Heiltrank. Wer einen Heiltrank braucht, da ist ein Heiltrank. Da ist ein Rätsel zum Lösen, da hat er schon die Lösung irgendwo gesehen. Da oben. Ah, oder? Ja, da dahinter. Warte mal schnell. Du musst dich am Voren schnell wegschießen. Was? Oh, ein Puzzle, um zu lösen. Best Glück, strange Brigade. Steht da einer dritten. Ist das bei Redwood oder? Hm. Ente. Auge. Wache, Wache. Gans. Auge. 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 Hauptschluss. Good Show. Skeletons in the cupboard, eh? Well, I never… No… Skeleton in the cupboard! Boah, Querschläger hinterher drinnen. No. Kill them all! Minus Taurus, minus minus Taurus Zwei Stück gleichzeitig. Ich habe gerade noch ein paar Waffe im Weg. Jetzt auch wieder da hinter dir. Zwei minus Taurus. Toll, danke. Ja, ich habe es dir gesagt. Ja, Millisekunden voll. Ja, ich habe es euch gesehen. Wann habe ich? Zwei haben wir. Irgendwo was zum kaputt schießen. Na. Zwei nix. Zwei nix. Zwei nix. Zwei nix. Zwei nix. Gegegnung. Zwei nix. Sieh, klasse. Sieh, klasse. Stein, wer braucht den Stein? So ein Aprolstein ist das? So ein Aprolstein glaube ich ist das. jetzt haben wir auf der anderen seite wurde macht Ich habe das Gerät gesehen, die besser gesehen. Ich habe das Gerät gesehen, die besser gesehen. Eine Pernicious-Puzzle zeigt sich, um unsere Heroin zu erreichen, von den ganzen Anwendungen der Perischen. Okay, ich hab das linke im Auge, ah, da oben ist eine Karaffe, was, wo, hier, da oben, ah ja, wo ist der Wilderwilder, hast du den Schubilderwilder, äh, da oben drin, da oben, Mietzekatze, war noch irgendwo, ah, danke, irgendwo war noch ein Mietze, sehr gut, so, war einer links, einer Mitte, einer rechts, da die leuchtenden Teile da, so, muss man zeitgleich schießen, oder wie, geht davon aus, bitte links, das ist schon gereicht, ja, so, steht schon, ah, jetzt ist der links aufgekommen, da ist ein Schlüssel, gut, für jeden eine Kiste, oh, für jeden eine Kiste, So, jetzt, jetzt, jetzt haben wir mal die Frage, weil, wir haben da das Schloss für den Schlüssel und haben unten ein Schloss für den Schlüssel, welches nehmen wir? Ja, also, ich hab's jetzt nicht aktivieren können, okay, dann passt der wahrscheinlich ohne, Ja, schon stand jetzt gerade, da ist ein Skarabea-Schlüssel, genau, Skarabea-Schlüssel, Ich sehe gerade, das war Wurscht gewesen, haha, ja gut, aber man weiß es ja nicht, vielleicht der Schwierigkeitsgrad dann, na, da ist auch nichts mehr da los, auch nichts mehr da los, oder man hat mir was anders ausgelöst, wenn wir da hingegangen wären, wir wissen es nicht, Was, Loot, der hat irgendwas von, der hat irgendwas von Loot, so, oh, Katze, War die bei Tierwut, oder? Ja, das war die siebste Ich hab Gold übrig lassen, da ist die Schatzkammer Ja, du bist uns eh schon wieder, du bist weit voraus Nein, nein, ich bin dort oben gelaufen, weil sie dort oben gelaufen sind Nein, ich mein von der Kohle her Was? Nein, bei weitem nicht Du hast 13.915 Woher siehst du dich schon wieder? Ja, komm mal, ich bin ertappt Achso, okay Scheiße Wir sind ertappt worden Sonst sagt sie wieder bei mir, ich werde ein Lootgeier, ja, ja, ja Da ist man gebeten Hey, what wonderful shooting Aber haben wir schon alle am vorn? Ich hab jetzt hier Wo sieht ich denn das? Das sieht man nicht, gell? Ach, da sieht man es Am vorn fehlt uns auch noch eine Und zwei Schätze Wo hast du das jetzt gesehen? Ah, es ist Kappe Müssen wir es noch mal umschauen Oh, da wird es zerstört Blöd Schnell Ah, aha, aha, aha Was ist das? Da muss man wieder irgendwas aktivieren Eins Da habe ich schon eins aktiviert, das war da oder nicht? Was denn? Ja, da, so ein Leuchtdinger So eins hast du aktiviert, okay Dann schauen wir noch mal in das andere Eck rein Ah, da Wenn wir drauf stehen Dann geht das so hin Ah, und da oben Okay Ah, zwei Wo fliegt denn das Leuchtende hin? Da, da, hier Jetzt hat das auf Also das ist eine Trühe für tausend Und noch eine Trühe für tausend Eine geheime Tür in eine andere Welt Öffne einen verborgenen Reliktraum In der verlorenen Stadt Haben wir gerade einen Erfolg gekriegt Oh Gott, da haben wieder tausend fallen Ja, da müssen wir damit Aber Oh Gott Aua Oh, ein Büchlein. Oh, ein Gegner. Ah, super. Ja, lest du vor mir, kümmern wir uns drum. Ich würde gerade druschen. Äh, das Mädchen aus Lancashire. Verdammter Mist, Gracie, du hast, da hast du dich ja schön in die Bredouille geritten. Sie lief weiter durch die Fabrik und hielt nur an, um weitere Stoffballen in Brand zu setzen. Die Flammen hatten sie schon fast eingeholt. Ihr ehemaliger Vorgesetzter, nun eine dämonische Höhlenbestie, prang aus der Dunkelheit, nur um ihrer letzten Revolverkugel zum Opfer zu fallen. Bei ihr erschienen die Stufen in den geheimen Untergrund, in dem die schlimmsten Dinge in dieser Fabrik vorgingen. Wer A sagt, muss auch B sagen, sagte sie, als sie in den Untergrund verschwand. Das haben wir, glaube ich, schon mal gehabt. Ja. Dann geh mal zu mir her, da kannst du Gold aufsammeln. Gold. Hinter mir, von der Kamera. Entschuldigung. Okay. Und da unten ist noch so ein Stein zum Aufnehmen, den er braucht. Stein, 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 wo ist er denn? Ah, da ist ein Kleinstein. Kleinstein, dein Name ist. Ich habe den Namen schon, aber wenn du da bist, dann sind wir. Stell so, ich kann dich um das Neunernehmer. Auf Iole fällt. Und so. Da unten wird sicher nicht zu Ende kommen. Das ist ein bisschen schwieriger, weil da alles so bunt ist, der Marktplatz. Aber sie kommt noch, oder? Außen zur Truhe. Ah, ich sage nichts. Ah, ich sage nichts. Ah, ich sage nichts. Ja, ich muss ja noch schnell so passen, was nehmen wir denn, Schnellfeuer oder Abprall Edelstein, an dem Abprall Edelstein Level, was ist, machen wir Schnellfeuer, weil der Pistole glaube ich macht das keinen Sinn, den Abpraller hätte ich auch noch, aber das Heilen ist mir wichtiger. Heilen, ah Heilen ist doch voll überbewertet, jetzt wieder rum glaube ich, da ist die Serie und Fähre. Die Wohle sehe ich wohl keine. Ich auch gerade keine. Ich muss nicht einen Schluck trinken, sonst gehe ich aus wie die Mumien. Ein Tierdoter. Ein Tierdoter. Ein Tierdoter habe ich noch nie gesehen. Aber es geht nicht. Siehst du, die laufen da rum. Die Schauen schon ganz ausgetrocknet aus. Die Tür stößt bei mir so nie nicht ohne. Mission. Da ist eine Truhe, eine 500er Truhe. Oh, da geht es nicht so tierisch ab, glaube ich. Jetzt haben wir die noch in der Spezialwaffe, 30 Schuss, dann haben wir uns eine neue. Wo ist denn ein Trunk, ein Heldrunk? Braucht denn jemand? Ja, ich habe keine Reserve mehr, wir brauchen eine Reserve, ich habe keine Reserve, da ist auch noch einer. Ne, eine Reserve habe ich, aber ich bin fast tot. Wie schaut es bei dir aus, Wildruhe, heilmäßig? Ich bin fast voll. Eine Reserve? Dann nehme ich den einer von mir und nehme den anderen Reserve. Ok, dann zuseln wir. So, Serie jetzt, zeig einmal was kannst du. Jetzt haben sie da gezogen. Swarming Ghouls? So, da steigen sie um. Strange Brigade. Wir werden die nicht zerbröseln, wenn ich den Oberhupfer. Wir werden definitiv nicht payen mir genug für das. Achtung! Entschuldigung, ich habe das Ding aktiviert. Jetzt gehen wir den Weg, Schiller. Oh, sehr schön. Das war nicht so schwierig, wie ihr erwartet. Jetzt geht's hier. Da war doch einer ein Häuser. Blödy hell! Oh! 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 Oh, wie ist der? Oh! 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 Where is that? den anderen habe ich da einen Sprengbarklaufe, der müssen gleich explodieren ich muss ja 500er Waffen holen und Flammenwerfer, na super die 10. 2 Minuten habe ich noch, das macht einer fast gar nichts, das Ding ist so sinnlos da der Flammenwerfer Victor, Victor was ich sehe was ich sehe so spannend das ist das leichteste ich habe das ist das leichteste finde ich bisher käme es nur von einer seite jetzt käme es von hinten aus die lichen aus wo man speerwerfer auf dem jetzt sind wir wieder vorbei wir müssen die speerwerfer überwischtet sonst nicht das steht es mal im weg Pass auf, Matrix, bei dir, ein Haufen von den Speerkämpfern. Der Altzwölfeinde zerstört. Oh, ja, Mann. Na, wenn wir so ein Messer, 500 Euro Kisten. Da gibt's jetzt noch was Besseres, wie ein Flammenwürfer. Scharfschützen gewährt. Boah, da ist immer ein Rückensprung mit einem Minotaurus. Minus! Boah, die Zettung geschlagen. Warte, ein, zwei. Ja, jetzt hat er mich erwischt. Warte, ich hole dich da raus, aber wo bist denn du? Ah, da vorne. Ja. 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 Und die Speerwerfer da oben. Gibt sie fix. Boah, ich bin schon wieder erwischt. Jetzt wird ihn. Aber wir leben noch. Okay, die Klinge klingelt kaputt bei Minus. Taurus. Echt? Echt? Der andere ist hier. Das war hier. Munition. Wo einfach die Gegner umschießen, das bringt ein bisschen Leben. Was möchtest du uns jetzt noch entgegenbieten? Oh, Zündler. Boah, die habe gesessen. Da sind wir uns einmal der Speerwerfer. Obendrum, obendrum, obendrum. Örotechniker. Wagen stark getroffen. Wieder ein bisschen zum Regenerieren. Oh, da liegt der Trank. Rein damit. Boah. Wieder ein scheiß Sprengstoff. Ich hasse den Scheiß. Jetzt habe ich gerade einen Heiltrank gesucht. Ich bin im Rogenbereich. Und das ist schon ziemlich lang. Ich bin im Rogen. 50 Euro Druhe, 100.000 Euro Druhe. Das ist wieder so ein scheiß Flammenwerfer. Schon wieder ein Minus Taurus. Die kosten momentan glaube ich nichts. Die hauen so aus wie nichts. Ja, jetzt hat sie wieder ein Brezel. So, wo bist du? Du hast geschaut einmal, dass ihr jetzt mal rankommt. Boah, ich werde hier am Brutzl beim Stoßen. Ja, hab ich gesagt oder so. Vor allem habe ich gerade noch gesagt, oh, ist das leicht. Anke dir. Die kommen mit Freunde. Oh, da ist der Minus Taurus. Jetzt gibt mir eine gescheite Knarre da. Wie so ein Schmarrn. Ich stehe eh direkt daneben. Ja, grüß Gott, der Minus Taurus. Hey, ich habe so einen Typen mit Heiltrank gewischt. Da steht noch ein Heiltrank rum. Ich werde ihn benutzen. Boah, ich brenne. Ich explodiere. Ich kriege alles ein bisschen. Was waren denn diese blöden Speerwerfer? Wo stehen denn die? Die, die uns von oben bombardieren. Ein Minus Taurus ist weg. Ja, da oben steht er wieder. Den habe ich. Jetzt wollte ich es auch weg. Wie habe ich? Auszaug'n. Auszaug'n. Boah. Alter. Boah, jetzt am Schluss hast ich doch nicht ganz so leicht. Ja, ja, war's ja. Ja, da war's ja sportlich. Jetzt am Schluss ist es schon noch ein bisschen sportlich geworden, ja. Da war noch Professor dabei. Den kann ich gar nicht spielen. Kann ich von euch gar nicht spielen, Professor. Wo du gerade geschaut? Was einen blöden Crew kann man übersehen? Und irgendein Relikt. Ach, so viel mehr habe ich gar nicht das mit dem Geld. Aber dafür hast du das Gold nicht übersehen. Das würde der Garnier nicht übersehen. Nein. Ich weiß schon, ich habe fast nichts zusammengekriegt. Fast nichts. Nur 220.000. So wie der 100.000 auf der hohen Kante. So mag ich das. So mag ich das. Dann wollen wir auch gehen auf der hohen Kante. Likes und Kommentare. Und Abos. Ja, das auch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Oh Gott sei Dank. Es ist gut. Servus. 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 Servus.